Hallo und herzlich willkommen aus unserem ZeitGuard Studio. Schön, dass Sie dabei sind. Wir präsentieren Ihnen heute das ZeitGuard Anti-Age Management, mit dem Sie in nur fünf Minuten zu schönerer Haut kommen. Schönere Haut bedeutet für Sie intensiv und gleichzeitig schonend gereinigt, dadurch aufnahmefähiger, ein feineres und gefestigteres Hautbild mit gemilderten Falten und voller Spannkraft. Das ZeitGuard Anti-Age Management besteht aus dem Cleansing System mit seinen einzigartigen Microsilver Bürstenköpfen, dem Anti-Age System mit seiner effektiven Thermoplatte und zuschaltbarer Vibration und dem ZeitGuard Care System. Bei unserem Modell Sandra habe ich dank unserer Hautanalysekarte entschieden, dass sie eher die Bürste, aber auch die Reinigung für die empfindlichere Haut benötigt. Carsten führt Ihnen nun an Sandra vor, wie Sie das System nacheinander richtig anwenden. Während der Vorführung erläutern wir Ihnen die Funktionen und Wirksamkeiten der Devices und der dazugehörigen Produkte. Natürlich brauche ich für die perfekte Anwendung des Cleansing Device auch bestimmte Utensilien. Ich zeige sie Ihnen. Ein Handtuch in dieser Größe zum Schutz der Garderobe, eine Schale mit warmem Wasser, zwei oder drei Handtuchkompressen, was kleine Gästehandtücher sind, das ZeitGuard Cleansing Device mit den dazugehörigen Produkten, Kosmetiktücher, eine Sprühflasche mit Wasser gefüllt, das ZeitGuard Nano Gold Set mit seinem Gesichtswasser und einzelne Wattepads und unser Microsilver Handgel für hygienisch saubere Hände. Danke, Manu. Nun beginnt Carsten mit der Anwendung, indem er sich zuerst seine Hände reinigt und dann Sandras Gesicht mit dem Wasser aus der Sprühflasche befeuchtet. Danach sofort den Bürstenkopf befeuchten und abtupfen, damit kein überschüssiges Wasser am Device herunterläuft. Carsten gibt zwei Pumphübe des Reinigungsproduktes auf die Mitte des Bürstenkopfes. Er hat jetzt eine Minute Zeit, die drei Gesichtspartien Wange, Wange, Stirn jeweils 20 Sekunden zu reinigen. Der eingebaute Timer hilft ihm dabei, diese 20 Sekunden einzuhalten. Einschalten und los geht's. Carsten beginnt bei Sandra nun auf Reinigung Stufe 1. Unser ZeitGuard Cleansing Device hat insgesamt drei Stufen. Starten Sie jedoch immer auf Stufe 1 und steigern Sie die Intensität der Oszillation erst nach und nach, denn so kann sich die Haut gut daran gewöhnen. Apparative Gesichtsreinigung ist wie ein Sporttraining für Ihre Haut. Wenn Sie eine eher sensible Haut haben, können Sie auch langfristig Stufe 1 nutzen. Mittlerweile ist Carsten auf Sandras Stirn angekommen und die Minute ist jetzt vorbei. Der ZeitGuard schaltet die Oszillation automatisch aus, bleibt aber im Standby-Modus, sodass Sie zum Beispiel Hals und Dekolleté durch erneutes kurzes Rücken weiter reinigen können. Zu Hause würde Sandra jetzt einfach klares Wasser nehmen und damit ihr Gesicht abwaschen, um alle Reinigungsrückstände zu entfernen. Hier im Studio oder auch bei einer Kundenpräsentation nimmt Carsten dazu eine feuchtwarme Kompresse. Danach tupft er das Gesicht mit einem weiteren Handtuch oder mit einem Kosmetiktuch trocken. Sobald die Haut getrocknet ist, sollten Sie diese von der Kundin anfassen und fühlen lassen. Direkt nach der Reinigung erlebt sie den ersten Aha-Effekt, das sich so wunderbar weich anfühlt. Das stimmt, Sandra. Deine Haut ist auch viel durchbluteter. Daher trägt Carsten das Gesichtstonic erst auf, wenn Sandra das Zwischenergebnis betrachtet und gefühlt hat. Ein Gesichtstonic oder auch Gesichtswasser genannt, ist unverzichtbar, um den Reinigungsschritt vollständig abzuschließen. Bevor wir nun zum Anti-Age-Device kommen, möchte ich aber noch von Sandra wissen, wie sich ihre Haut nun anfühlt. Und Sandra, hast du schon gefühlt? Fühlt sich weich und wunderbar glatt an. Ich freue mich auf die nächsten Steps. Der nächste Step im Zeitgat Anti-Age-Management ist unser Anti-Age-Device mit jeweils zwei auf die Hautbedürfnisse abgestimmten Produkten. Es zielt auf die effektive Anti-Falten-Behandlung, vergleichbar mit der professionellen Behandlung in einem Kosmetikinstitut. Sie fragen sich sicher, worin liegt der Unterschied zwischen einer Systempflegeserie und unserem Anti-Age-Device? Die Antwort ist eigentlich ganz logisch. Unser Device befördert die Wirk- und auch die Nährstoffe viel, viel tiefer in die Haut. In Kombination mit der warmen, porenöffnenden Wirkung wird die Aufnahmefähigkeit der Haut enorm gesteigert. Mit der Vibration die Wirkstoffe eingeschleust sowie eine Hautstimulation erzeugt. Und mit der letzten Phase, der sogenannten Kaltphase, werden die Poren wieder verengt. Die Vibration fördert auch gleichzeitig die Mikrozirkulation in der Haut und regt somit auch den hauteigenen Nährstoffwechsel an. Bei regelmäßiger Anwendung baut sich ein Wirkstoffdepot in der Tiefe ihrer Oberhaut auf. Langfristig gesehen verjüngen sie ihre Haut, indem sie ihr die jugendliche Elastizität, tiefste Befeuchtung und gestraffte Konturen zurückgeben. ZeitGuard Anti-Age-Management ist wie Jogging für ihr Gesicht. Unser ZeitGuard Anti-Age-Device verfügt über insgesamt vier Geräteeinstellungen. Warm, warm mit Vibration, kalt und kalt mit Vibration. Die Thermoplatte besteht aus medizinischem Edelstahl und ihre ergonomische Form ist perfekt, um bestimmte Gesichtsareale mühelos zu erreichen. Während der Anwendung erhitzt sie auf 42 Grad und beim Umschalten auf die Kaltstufe kühlt das Device in Sekunden auf 5 Grad runter. Zum Anti-Age-Device hat LR drei Intensivprodukte entwickelt. Das ZeitGuard Eye Serum, das ZeitGuard Hydrating Cream Gel und das Restructuring Cream Gel. Diese versorgen die Haut im Augen- und Gesichtsbereich sowie am Hals und Dekolleté auf innovativste Art, straffen und restrukturieren sie. Der Wirkstoffkomplex und auch die Konsistenzen sind ganz speziell auf die Temperaturen unseres Devices entwickelt. Daher Wärme- und Kältestabil. Diese ZeitGuard Intensivprodukte funktionieren nur mit unserem dazugehörigen Device. Zum Anti-Age-Device gehört auch das neue Microsilvertuch. Es ist wirklich sehr nützlich, denn mit diesem ZeitGuard Microsilvertuch reinige ich die Thermoplatte meines Anti-Age-Device, wenn ich von einem Produkt zum nächsten wechsle. Die Anwendung des Device startet Carsten im mimikgeprägten Augenbereich. Dazu trägt er einen Pumphup des Eye Serums unter dem ersten Auge auf. Er startet das Device auf der Warmstufe und drückt erneut, um die Vibration zuzuschalten. Carsten arbeitet jetzt das Serum mit dem Device ein. Die Haut ist durch die Wärme wunderbar aufnahmefähig und die Vibration stimuliert sanft. Damit die Thermoplatte die Haut beim Einarbeiten dauerhaft berührt, fährt Carsten seitlich über dem Jochbein und zurück zur Ausgangsposition. Er wiederholt diese Bewegung. Dann schaltet er durch erneutes Drücken auf Kalt um und ein weiteres Mal drücken für die Vibration. Jetzt so lange arbeiten, bis die Gleitfähigkeit nachlässt. Denn dann ist das Serum vollständig in der Haut. Die Kaltphase verjüngt nun die Poren. Die Hautoberfläche zieht sich zusammen. So werden die Feuchtigkeitsdepots in der Haut eingeschlossen. Das waren nur ca. 30 Sekunden und dennoch ein richtiger Spa-Moment. Nun gebe ich einen weiteren Pumphup auf die Haut unter dem zweiten Auge und wiederhole die komplette Behandlung. Beachten Sie bitte, das Eiserum und auch die anderen beiden Anti-Age-Intensivprodukte Hydrating und Restructuring müssen immer direkt vor der Anwendung auf die Haut appliziert werden. Kommen wir nun zu den weiteren Gesichtspartien Stirn und Wangen. Dort entdecken wir mit der Zeit Denker- und Sorgenfalten, die sogenannte Zornesfalte, die Nasolabialfalten und um den Mund Lippenfältchen und die ständig nachlassende Gesichtskontur. Natürlich können Sie eingeprägte Mimikfalten nicht vollständig rückgängig machen. Aber Sie können sie so behandeln, dass die Depotwirkung dieser einzigartigen Produkte die Haut von innen aufpolstert, sie strafft und somit weichzeichnet. Das Zeitkart Anti-Age Hydrating Cream Gel ist in diesem Fall für Frauen und Männer ab ca. Mitte 20, die sich die Spannkraft ihrer Haut erhalten möchten und erste kleinere Fällchen unsichtbar machen möchten. Das Anti-Age Restructuring Cream Gel hingegen ist für die schon erfahrenere Haut, die deutliche Zeichen der Zeit aufweist. Pro Gesichtsareal verwendet Carsten eine Spatelspitze des Produktes und verteilt diese sanft. Vorzugsweise im Bereich der zu behandelnden Linien und Falten. Wieder schaltet Carsten das Gerät ein und startet mit Warm und Vibration auf der Stirn. Bleiben Sie auch jetzt mit der Thermoplatte auf der Haut und mit nur sehr leichtem Druck, arbeiten Sie bitte mit diesen schlangenartigen Bewegungen. Nach 30 Sekunden schalten Sie bitte auf kalt und je nach Empfinden die Vibration hinzu. Es dauert ca. 30 weitere Sekunden, bis das Hydrating Cream Gel in die Haut eingearbeitet ist. Auch hier spüren Sie dies daran, dass die Gleitfähigkeit etwas nachlässt. Carsten folgt den Linien und Falten und streicht über die Bereiche, die zu verbessern sind. Nach jeder Gesichtszone dürfen Sie das ZeitGuard Anti-Age Device gerne ausschalten, um wieder etwas vom Cream Gel zu verteilen. Es gibt hier ganz bewusst keinen eingebauten Timer, da die Produkte je nach Hautbeschaffenheit mal schneller oder mal langsamer eingearbeitet werden können. Natürlich möchte ich auch Sandras Wangen behandeln und nehme jetzt wieder eine Spatelspitze des Produktes und trage es ihr auf die Wange auf. Carsten verteilt das Produkt auf die Bereiche der Nasolabialfalte, der Wange und entlang der Kontur. Einschalten und mit Warm und Vibration geht es weiter. Immer schön in sanften Hin- und Herbewegungen und möglichst ohne die Thermoplatte von der Haut abzuheben. Circa 30 Sekunden und auch hier schaltet er wieder auf kalt mit Vibrationen um, indem er zweimal drückt. Jede Wange bekommt eine circa einminütige Behandlung. Doch wenn Sie das Gefühl haben, dass noch etwas von dem Cream Gel auf der Haut ist, dürfen Sie ruhig fortfahren, bis die Gleitfähigkeit nachlässt. So, jetzt habe ich beide Wangen behandelt und das Ergebnis sieht wirklich super aus, Sandra. Und dennoch fühlt sich die Haut an der Oberfläche nicht fettig an. Denn alle Wirkstoffe des Zeitgard Anti-Age Systems sind nun in der Tiefe der Haut und bilden dort ein Depot. Anhand der Zeitgard Anti-Age Management Analysekarte haben wir im Vorfeld gesehen, dass Sandra passend zum Anti-Age Hydrating Cream Gel die Zeitgard Nanogold Tagespflege erhält. Je nach Bedarf bietet das Zeitgard Care System auch die Serien Beauty Diamonds, Platinum und sogar eine Special Care wie Xerox und Powerlift an. Manu, bist du so lieb und gibst mir mal die Tagespflege von Nanogold? Weil die Sandra, die braucht jetzt nur noch einen Schutz und eine geeignete Make-up-Unterlage. Und da bietet sich die Nanogold Tagespflege wirklich am besten an. Sie dürfen nach Anwendung des Anti-Age-Device in Zukunft all Ihre Tages-, Nacht- und Augencremes viel sparsamer auftragen, wodurch die Reichweite Ihrer Produkte größer wird. Auch das ist ein Vorteil des Anti-Age-Systems. Carsten, wir konnten nun live bei der Behandlung zuschauen und erleben, wie fantastisch das Ergebnis nach nur einer Anwendung ist. Ja, das ist es auch. Und wer sich dieses Ritual nun auch regelmäßig gönnt, wird über den zusätzlichen Langzeiteffekt nur staunen. Das Zeitgard Anti-Age-Device ist ein hochfunktionales, geprüftes, kosmetisches Device mit Tiefen- und Langzeitwirkung. Es ist wirklich eine Innovation des Home-Treatments. Liebe Zuschauer, wir hoffen, Ihnen hat die Präsentation gefallen und sie hilft Ihnen dabei, auch Ihre Kundinnen und Kunden und natürlich auch sich selbst mit dem einzigartigen Zeitgard Anti-Age-Management zu behandeln und zu verwöhnen. Alle weiteren wichtigen Informationen finden Sie ganz ausführlich im Leitfaden zum Zeitgard Anti-Age-Management. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!